Der Alliierte glaubt, ich würde mich hier in meinem eigenen Führerhauptquartier umbringen mit der Zirnkali-Kapfel. Aber da liegt er falsch! All meine Kriegspläne blieben ergebnislos. Aber das deutsche Reich wird überdauern! Die Order 88. Einmal ist schwer! Der Beführer! Befüllen Sie über Eure 88! Damit wird das deutsche Reich aufs Segen! Wuh! Der Unternehmer! So, Schluss jetzt hier mit dem Zweiter Weltkrieg. Ich hab die Faxen dicke mit der Scheiße hier. Um 2 Uhr einen Termin bei SmackDown! Und dann muss ich zu Raw! Jetzt ist aber Schluss hier! Ach hier! Hitler! Das wird die Juden! Mach mal nicht! Das ist wirklich so passiert! Nee, natürlich nicht! Ich hol mir einen Kaffee, willst du auch einen? Ich hab die Faxen hier mit dem Neul Workers. Vielen Dank.